So, hier sind Sie die AIDA Stella im Hafen von Dubai. Hier ist hier das Theater. Super toll. Und, Matthias, wie findest du die AIDA Stella? Mir gefällt die AIDA Stella sehr gut. Und ja, wir werden euch jetzt drinnen dann weiter durchführen, werden unser Essen hier genießen, werden euch verschiedene Bereiche hier zeigen. Ja, und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach unten für Reisebürofälle auf Gefällt mir drücken. Und dann seht ihr mehr von unseren Videos. Bis dahin, bis gleich. Adele.